ja hallo leute hier wieder euer dozo mit let's play enslaved und wir haben gerade unsere ersten straßenschlachten hinter uns und sind gerade eben durch das tor gegangen zum nächsten level und hier sind wir da kamen wir her und bevor wir einen trigger auslösen ich glaube es ja nicht also kommt und auf die metallkarte und noch einmal na gottse dann also bandai namco wenn ihr was verbessern müsst dann ist das diese automatische kamerasteuerung immer wenn ich irgendwas fokussiert dann dreht ihr die kamera weg und ich schlage ins leere das kann doch wirklich nicht sein ist denn jemand mehr da hallo wo bist denn du wo ist sie denn wir laufen da durch die gegend und sie lauft davon wie immer die jungs und mädel schauen auch nicht gesund aus na gut au seht ihr wie viel munition da liegt halleluja na gut sind wir gewappnet seht ihr was da rum liegt und ja mitten am hauptplatz ist ja klar und beginnt schon lustig dann egal wo du bist sieh den kopf weil ich komme komm jungen Aber das war sicher nicht alles, ist ja klar. Verdammt, die sind wirklich überall! Ich glaube wir brauchen Mogen. Ja, klar. Wo ist der Hensi? Und alle mit Schild! Das war sicher. Ja, klar. Eine neue Generation. Was zum... Ja. Verschwind. Oh, du Hurensohn! Verflixt! Ich höre den nächsten. Vielleicht zwei. Ja. 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 Oh! Oh! Komm Junge! Ja! Hilf mir ein wenig! So! Ich kann... So! Da! Lass mich los! Ja! Komm! Oh! Fuck! Tripp! Okay Tripp, ich komme! Du kannst mich aber gern haben! Munition! Wo ist ein Healthbag? Ja, ja Leute! Zuerst einmal kurz... ...alles sammeln! Ich kann nicht einmal upgraden! Leute! Ich glaube das wird ein bisschen eng jetzt werden! Ah! Gesundheit ver... Verprasst! Das ist aber nicht... Das ist aber nicht wahr! Na gut! Bevor wir hier stürmen... Da ist überall noch... Mun! Plasma! Da haben wir bei der Hütte ein Healthbag! Jawoll! Und... Plasma! Ja, ihr müsst schon entschuldigen, dass ich jetzt das alles absuche! Das... Schaut nämlich nach einem Bosskampf aus! Und... Ihr kennt ja meine spielerischen Fähigkeiten! Da hinten ist auch noch ein Healthbag! Zur Not kann man da noch hinlaufen! Ja, gut! Also bei der Hütte und da vorne... Mun... Okay... Dann werden wir sie eben mal aufsuchen! Wie kommen wir jetzt da hin? Oh! Vielleicht können wir upgraden! Leute, Leute! Not Trip! Oh, oh! Das war mein Zuhause! Und sie sind zurückgekommen! Und haben alles zerstört! Wie du sagtest! Gibt's einen Zufluchtsort, wo Überlebende sein könnten? Wie soll das irgendjemand überlebt haben? Das weiß man nicht! Im Bunker... Vielleicht... Okay... Okay... Zeig's mir! Na gut, Leute! Das war's für diesmal! Wir sehen uns gleich wieder! Wenn es heißt, wir müssen in den Bunker! Euer Toso! Tschüss! Bis gleich beim Sterben! Haha, tschau! 聽 Tel Omega